herzlich willkommen zu einem weiteren spitzen gespräch dann machen wir gleich weiter mit unserem spitzen gespräch mit florian wolf der als nicht mediziner sich um ein kernthema unserer heutigen gesundheit kümmert nämlich um stress und stressbeseitigung herzlich willkommen florian hallo jörg grüß dich ja wir haben schon einmal miteinander gesprochen und gesagt wenn man nicht groß dieses thema stress in der heutigen bevölkerung ist noch weiter zunehmend ist bei jungen menschen zunehmend ist also ein absolutes kernthema ich wiederhole nochmals mein grundsatz keine chronische krankheit ohne einen dachschaden zu haben es ist einfach so das gehirn ist immer involviert interagiert mit allem da sind die leute heute stolz dass es mikrobiom gibt kümmern sich um ihr mikrobiom schütten probiotiker präbiotiker man weiß was alles rein vergessen aber dass sie da oben durch den stress ihre mikroben zu schießen also eine absolut heiße situation und du hast über ja was also 20 jahre lang erfahrung gesammelt im umgang in firmen mit mitarbeitern und dem phänomen stress was hast du in den töpfchen womit du uns helfen kannst oder den zuhörern helfen kannst also zunächst glaube ich ganz wichtig diese perspektive noch mal aufzumachen der stress per se jetzt selbst keine erkrankung ist sondern es ist ein wegbereiter für fast alle erkrankungen es ist eben selbst stress zu haben ist ein naturphänomen was uns überleben sichert und gesichert hat was wichtig ist was schön ist was auch positiven stress gibt ja wenn ich jetzt mich konzentriere mit ihr zu sprechen dann sicherlich mein sympathikus aktiv aber das sind schöne dinge während aber stress wenn er chronisch ist also über einen langen zeitraum konstant da ist wenn der gegenpol die regeneration eben auch nicht mehr richtig funktioniert können wir gleich noch mal gezielt raus gucken oder aber wenn kurzfristig besonders hohe belastungen sind durch negative lebensereignisse durch bestimmte themen die einfach akut da sind dann wissen wir heute dass ganz viele erkrankungen folge erkrankungen eben sehr wahrscheinlich werden dazu gehören vorneweg natürlich psychische erkrankungen aber ganz wichtig ist dass eben heute stress auch ein absoluter motor für viele andere volkserkrankungen sind zu nennen neurodegeneration also alles was an an neurodegenerative erkrankungen zu nennen ist auch vorneweg demenz auch mit der überalterung der gesellschaft und der zunahme von stress ein riesenthema aber auch herz kreislauf erkrankungen spannend ist zum beispiel wenn wir das mal betrachten herz kreislauf erkrankungen dann sind wir in einem wahnsinnig modernen medizin system was sicherlich wenn wir akut betroffen sind von einer erkrankung wunderbar intervenieren kann aber wenn wir jetzt an die prävention denkt dann ist in keinem wirklich richtig guten system stress wird dort quanti weder quantifiziert noch qualifiziert und wir wissen dass ein drittel mindestens der akuten herzinfarkte effinduziert sind gibt es eine tolle große studie von juss auf die inter hart studie die ja weltweit durchgeführt wurde mit vielen tausenden probanden das eben psychosoziale risikofaktoren herzinfarkt triggern also müssen wir uns bewusst sein darüber dass stress eben nicht nur ein lifestyle phänomen ist und nicht nur irgendwie nice to have und ja jetzt kümmern wir uns ein bisschen um resilienz sondern das ist ein harter faktor für schwere erkrankungen ist und auch eben vorzeitige bodosfälle ja das mal vielleicht vorne weggestellt natürlich auch viele andere themen wie reproduktion und und dinge die natürlich einfach runtergefahren werden also vielleicht noch mal kurz zur erklärung in zeiten wo unser leben bedroht ist ist klar dass unser körper bestimmte funktionen ausschaltet weil er sagt wenn es um zu überlegen geht dann brauche ich keine hormone die fortpflanzung regeln deswegen sind eben bestimmte erkrankungen die dann eben wenn menschen oder paare kinderwunsch haben in sturm und drang zeiten wo man eben anfang mitte 20 ende 20 mitte 30 ende 30 ist wo aber auch ganz viel zusammenkommt berufliches fortkommen erfolg haben karriere was auch immer plötzlich das system nicht funktioniert weil einfach dieser chronische stress das system erklärt also moment mal wenn hier so viel los ist dann brauchen wir doch uns nicht um fortpflanzung kümmern einfach einmal zum verständnis zu haben warum hängt das miteinander zusammen was unsere erkenntnis ist in den letzten jahren und ich glaube das ist ganz wichtig die ganze thematik um stress war sehr psychologisch dominiert auch in der literatur also man hat immer sozusagen die psychische perspektive gehabt auch wie wie entsteht stress was sind so die klassischen faktoren und was kann man denn tun wir haben über viele jahre test entwickelt und vor allem dadurch dass wir eben auch viel in konzernen waren aber auch sehr viel in der breiten bevölkerung tests gemacht haben haben wir sehr sehr viele daten gesammelt warum weil wir natürlich auch verstehen wollten was macht stress aber vor allem wie können wir ihn auch messen also was sind denn heute harte krediktive parameter also frühzeitige parameter die uns weit bevor wir kranken sagen mensch moment mal da ist doch eine gefährdung da um daraus entsprechende schlüsse zu ziehen und heute muss man ganz klar sagen stress ist messbar stress ist biologisch ganz klar zu erfassen und ist immer eigentlich auch ein ganzheitliches konstrukt wir nennen es heute bio psychosozial also wir haben biologische faktoren wir haben psychologische faktoren klar wer sind wir wie ticken wir was haben wir verprägungen aber wir haben natürlich auch einen sozialen hintergrund ja das heißt all das spielt zusammen und wenn man moderne stress medizin anguckt muss man so ganzheitlich arbeiten denn das reine wissen darüber und jetzt sind wir wieder so in dieser psychologischen perspektive das reine wissen darüber dass wir uns entspannen sollten dass wir gut schlafen sollten dass wir gute beziehungen haben sollten ist ja da ist ja nicht so dass ich da was neues erzählen die frage ist was kriegen die menschen denn umgesetzt ja wer sie auf die straße bringen genau und da kommt die biologie ins spiel denn die biologie verhindert dass wir in der lage sind selbstwirksam zu werden denn je mehr wir unter chronischer belastung sind desto weniger funktioniert unser gehirn adäquat und unser gehirn sucht sich strategien die uns sicherheit geben das ist der autopilot wir essen die schokolade weil sie schmeckt halt gut und sie gibt uns im gehirn einen moment zum glücksgefühl und die welt ist in ordnung genauso der alkohol für manche ist es der exzessive sport für manche ist es das fernsehen netflix oder permanent e mails reinschauen das spielt keine rolle und der zweite mechanismus der uns eben in der veränderung natürlich auch blockiert ist einfach dass das system im kern auch immer wieder auf bewährte muster zurückgeht dinge die wir erlernt haben dinge die in unserer prägung drin sind die uns eben auch sicherheit geben also dinge die wir im elternhaus gesehen haben aber die sind oft mit unserer jetzigen lebenssituation nicht mehr kompatibel wir sind eben nicht mehr 14 und pubertieren zu hause sondern wir sind erwachsene menschen mit eigenem lebensumfeld und mit anderen herausforderungen und das sehe ich natürlich auch im eins und eins gespräch ganz oft dass menschen die sehr stressbelastet sind eben ganz ab festhängen in solchen mustern die eigentlich ihnen diese ganze möglichkeit selbstwirksam zu werden und sich auf den weg zu machen eigentlich gar nicht ermöglichen und da ist der große schlüssel die biologie also wir können messen in wie weit vielleicht kurz eine weitere erklärung an der stelle inwieweit die substanzen du hast es vorhin schon mal erwähnt diese stress transmitter ja also diese botenstoffe wie wir sie nennen es sind nicht typischerweise hormone aber wenn sie botenstoffe dass diese botenstoffe eben sich anpassen durch chronische belastung dazu zählen zum beispiel das serotonin katecholamine dopamin und noradrenalin dazu zählt auch das cortisol sehr einfach zu messen und diese passen sich an sie regulieren nach oben zum beispiel weil sie uns mehr energie geben weil sie uns eben wenn mehr von uns verlangt wird uns befähigen mehr energie zu haben und die dinge zu bewerkstelligen sie können aber genauso runter regulieren und sagen moment mal zu viel ist ja auch gefährlich für mein gehirn ja das ist neuropoxisch das zerstört nervenzellen dann reguliere ich es runter ich will mich schützen und und damit entstehen eben diese ganzen muster in unserem gehirn die am ende eben auch ganz stark assoziiert sind mit fühlen denken und handeln also wenn wir sprechen über angst wenn wir sprechen über sorgen und gedanken karusselle die nicht aufhören wenn man spricht über erschöpfung wenn man spricht über aggressivität unfähigkeit zur entspannung alles dinge wie wir die wir nicht von geburt an haben sondern dinge die entstehen durch diese veränderung dieser neurobiologischen muster und das ist wahnsinnig spannend denn es ist eine erklärung dafür warum wir so viel wie wir fühlen warum wir so handeln und warum wir so denken wie wir denken und da liegt der große schlüssel also eben nicht in der reinen theorie entspann dich mal meditier doch mal mach doch mal langsam alles richtig aber es wird nicht funktionieren und die biologie in balance zu bringen ist ein erster schritt um handlungsfähigkeit herzustellen das ist glaube ich die große erungenschaft die wir durch dieses biopsychosoziale modell in den letzten jahren geschaffen haben und wo ist der knopf der knopf ist im kern der erste knopf ist der dass du selbst in der dich befähigst offen zu sein da rein zu schauen denn es tut auch ein bisschen weh denn es ist natürlich auch eine begegnung mit einem ich das fehler hat ein ich das vielleicht dass man sich anders gewünscht hätte ein ich das ja bestimmte dinge nicht hinbekommt und ich glaube dass es die angst auch die menschen davor haben ja bewertet zu werden schwach zu sein nicht gut genug zu sein im übrigen das sind oft gespräche die ich für ja dieses thema ich bin nicht gut genug ich werde nicht ich fühle mich wertgeschätzt und aber das sind so die die wichtigen themen denn hinter diesem schwert ist das große nicht hinter diesem schwert ist die große heilung denn wir sind alle was besonderes und alle die jetzt zuhören in diesem spitzen gespräch kann ich nur sagen du bist was ganz einzigartiges und nehmt euch das zu herzen ihr seid alle das ganz besonderes ich finde dort sich auf weg zu machen und das ist das mit diesem testing natürlich man kriegt eine gewisse man kriegt harte daten aber sie ermöglichen einen daraus zu wachsen und zwar zu verstehen was brauche ich jetzt in meiner lebenssituation also ganz personalisiert und eben nicht mit der gießkanne entspann dich doch mal und mach doch mal pause sondern wo ist jetzt eigentlich dein erster schritt und der muss ganz nah an deiner lebensrealität sein sonst wird es nicht funktionieren also ich denke das ist eine super erkenntnis die so eben nicht transportiert wird auf der anderen seite wenn man es begriffen hat so unangenehm es auch ist aber man merkt sofort was sich tut ja das ist wie vorhin gesagt habe allein das gespräch ja dass man sich mal traut zu sagen angst mir geht es nicht gut ich habe sorgen vor morgen ich weiß nicht wie es wird und eben dort nicht bewertet zu sein sag stelle ich mich so an wird schon wieder ja denkt positiv alles tolle sprüche ja aber es funktioniert nicht sondern zu sagen ja ich höre dich und ich spüre dich auch und es ist okay das zu fühlen die frage ist wie möchtest du dich fühlen und da kommt die biologie ins spiel und die biologie können wir unterstützen das ist nicht das ist nicht nachhaltig aber man kann punktuell kurzfristig die biologie und im übrigen das ist alles nicht pharmakologisch ja das sind ja nahrungsergänzungsmittel wo wir das gehirn wieder in eine balance bringen damit eben emotionen bisschen runter reguliert werden damit diese gedankenspirale sich ein bisschen abmildert damit energie wieder ein bisschen mehr wird wenn ich erschöpft bin damit schlaf wieder ein bisschen besser funktioniert weil das sind die wichtigen mechanismen die dann ermöglichen selbstverantwortung zu übernehmen zu sagen ich will das nicht ich will mich gut fühlen ich will spaß haben an dingen ich habe oft menschen die alles haben wo du von außen drauf schaust wo du denkst so menschen wo ist das problem und die sagen ich habe keinen spaß weder an den dingen die ich gerne gemacht habe noch an den dingen die da sind wie traurig ist das das leben ist jetzt und ist einmalig und ich denke das ist das was der stress mit uns oftmals macht und die quadratmeter des swimming pools sind nicht korreliert mit dem glück was man empfindet absolut nicht und ich glaube da ist ist eben genau wichtig diese verbindung zu sich herzustellen was ist mir eigentlich wirklich wichtig deswegen ich habe ja viele klienten auch so in dieser in dieser altersgruppe so mitte ende 40 anfang 50 bis ende 50 und da kommen viele früher oder später schon an den punkt und das merke ich sehr dass der chronische stress eben die großen lebensfragen aufwirft also dort auch wo lebensphasen zu ende gehen kinder gehen aus dem haus wenn ich habe alles erreicht den job oder auch nicht aber das spielt ja keine rolle sondern einfach so 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 transition point sind also veränderungen und da stellen viele die großen fragen und ich glaube ja klar im einzelfall kann schon bedeuten du bist am falschen ort ja entscheidung die man getroffen hat aus welchen gründen auch immer da geht es nicht um gut und schlecht sondern geht es darum okay vielleicht ist es doch anders an der zeit noch mal einen weg einzuschlagen was völlig feine aber bei ganz vielen ist es einfach so dass man sich nicht persönlich auch weiterentwickelt hat sondern es war der fokus eben nur auf beruf familie aber man selbst stecken gibt und dort ist einfach wichtig hatte ich vorhin auch schon erwähnt im am anfang dass man eben auch nur gut sein kann wenn man sich selbst gut gegenüber ist und sich um sich selbst kümmert also ich selbst in der liste der prioritäten einfach auch ein kleines bisschen weiter oben wieder einsortiert und chronischer stress führt typischerweise dazu dass wir selber uns ganz hinten einsortieren gerade in diesen phasen so eben von 30 bis 50 wo ganz viele andere dinge vermeintlich wichtig sind eben beruf erfolg familie partnerschaft ja alles richtig aber das funktioniert nur wenn man selbst auch sich selber nicht aus den augen verliert es fängt ja schon an mit der berufswahl wenn man den beruf fehlt um kohle zu machen nicht um etwas zu tun was von herzen gern tun möchte berufen ist dann ist die diskrepanz schon da und wenn man dann noch erfolge hat in dieser falschen berufung in diesem falschen job dann geht das über jahrzehnte hin hervorragend nur irgendwann steht man vor dem großen haufen geld oder großen villa und so wie wir euch sagen und sagen ich habe keinen spaß mehr absolut das ist übrigens das sockelgeschoss wenn man sich das vorstellt in einem gebilde das sockelgeschoss ist die sinnhaftigkeit dessen was man tut ja eine frage die ich gerne stelle ist immer menschen warum bist du hier was ist deine aufgabe auf diesem planeten ja es ist nicht ein der wüste weiß ich ja aber das ist eine schöne frage die man auch nicht leicht beantworten kann also ich würde es jetzt abkürzen aber aber kann man sich mal stellen also für was bist du hier ja was ist deine aufgabe was ist der höhere sinne eigentlich und schutzspannend es gibt menschen ja eine klare aussage dazu ja melde ich mich auch und sind alle teile dieser evolution und haben die verpflichtung diese evolution fortzuführen ja nur am schreibtisch zu sitzen und zu arbeiten ja ja und auch eben ich denke das ist ganz wichtig dort diese es hat wieder viel mit ehrlichkeit sich selbst gegenüber zu tun eben auch anzuerkennen dass manche dinge eben nicht so sind wie man sich vorstellt aber schön ist und was das gerade vorhin erwähnt das gehirn ist ein leben lang veränderbar und auch umstände sind veränderbar also man kann eben immer etwas tun und das ist auch meine meine schlüsselnachricht an alle ja man kann immer etwas tun das gehirn ist zu jedem zeitpunkt immer wieder neu verdrahtbar man nennt es neuroplastizität also man kann immer etwas tun und das schöne ist auch wenn man den fokus dort behält auf diese sogenannte area of influence das ist nämlich das auf was ich jetzt einfluss habe dann wirst du sehen egal wie schwer das leben ist immer etwas was du beeinflussen kannst es vielleicht jetzt nicht die umstände und nicht die welt leider wenn wir immer auf das auf die area of non influence gucken was viele tun wirst du unglücklich weil du immer siehst was du nicht nicht beeinflussen kannst was du nicht verändern kannst wenn du aber dort bleibst was du jetzt tun kannst hast du immer handlungsspielraum und das macht dich schon sehr unabhängig und auch sehr zufrieden auch wenn es echt schwierig ist und man muss wagen es zu tun man muss wagen es zu tun ich sage mal vorhin wenn er in einer toxischen beziehung lebt schwiegermutter sitzt auf dem sofa da gibt es zwei möglichen entweder ich erschieße die schwieger oder weiß ich nicht da oder ich packe die koffer ich gehe aus dieser beziehung und befreie mich davon aber das kostet den mut die koffer zu packen alles hinterzulassen ja wir sind ja wieder bei der neurobiologie denn mut und das sind alles dinge die immer auch neurobiologisch determiniert sind also je weniger ich im gleichgewicht bin desto eher bin ich angstbehaftet und bin in meiner amygdala gefangen die amygdala ist ja dieses zentrum der emotionen das eben hoch reguliert wird und wenn das chronisch hoch reguliert ist dann sehe ich eben die welt nur in gefährdung ja ich sehe was ich verliere ich sehe was danach an 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 verlust ist ich sehe all die negativen konsequenzen wenn ich sie eben aus der anderen perspektive sehe ja was ist eigentlich mein mehrwert dahinter und das ist dieser dieser perspektivwechsel im übrigen der auch mit einer gewissen zuversicht zu tun hat nämlich dass ich selbst eben der der schmied meines glückes sein kann also dieses diese diese selbstbestimmte entscheidungsfähigkeit ja dinge zu lösen und dinge anzugehen im übrigen das ist eines der ganz wichtigen entscheidenden definitionen auch von resilienz weil wir vorhin den begriff auch schon mal schon mal erwähnt hatten es gibt zwei dinge die resilienz maßgeblich fördern das eine ist dass man strategien selbst entwickelt und durchführt um aus schwierigen situationen rauszukommen also diese solving kompetenz dass man dinge löst indem man auf das fokussiert was möglich ist eben wegzugehen koffer zu packen das ist eines aber das bedingt ja dass man auch schwierige situationen durchlebt und neuere forschung zeigt eben naja man muss nicht unbedingt viele schwierige lebensphasen durchlebt haben und die gemeistert haben das hilft natürlich aber es gibt auch menschen die sind resilient und das sind die menschen die auch besonders viele schöne momente erlebt haben also resilienz wird gefördert durch das fördern von schönen positiven momenten genauso wie wenn es schwierig ist dass man eben dort so eine lösungskompetenz sagt ich bekomme das hin und da will ich vielleicht auch noch mal an die hörer und hören einfach noch mal auch mehr auch ein appell mit raus geben auch eine begeisterung dafür ich weiß wie schwer das ist in schwierigen lebenssituationen aber immer wieder sich bewusst zu sein die situation ist dein coach und wenn du das so siehst dass die schwierige situation der eine coaching situation ist und dass du dort wenn du gestärkt einfach enorm gestärkt raus gehst wenn du dich selber darum bemühst lösungen zu finden die sind manchmal vielleicht nicht offenkundig gleich und man kann die umstände nicht aber da geht es wieder um diese air of influence was sind die kleinen dinge die ich tun kann und zwar jetzt sofort und wenn ich dann sehe egal wo ich bin ob im zug oder im café oder sonst wo wie viele toxische beziehungen gelebt werden wie viele alte ehepaar diese 30 40 jahren verheiratet sind jeden tag aufeinander einbrechen jeden tag es ist unfassbar es ist unfassbar also florian denn der botschaft muss und das volk hast du irgendetwas schriftliches oder habt ihr videos oder so etwas wo man noch mal einsteigen kann ja klar also wir haben für diejenigen die tiefsteiner materie sind haben wir natürlich sehr sehr viel mehr auf unseren webseiten als ausbildungsprogramme weil wir natürlich auch die menschen befähigen wollen in diesem ganze biopsychosoziale konzept sich zurechtzufinden es ist ja nicht ganz unkomplex aber wir haben es schon über die vielen jahre sehr sozusagen zielgerichtet runtergebrochen auf die ganz wichtigen marker er hat dass man einfach versteht okay auf was muss ich schauen was ist der schritt daraus und was das wäre sozusagen die konsequenz eben wenn man das misst wir haben aber natürlich auch und das ist vielleicht noch mal neu auch erkannt wir waren viele in unternehmen aber wir wollen jetzt natürlich eigentlich alle menschen erreichen also alle menschen natürlich die wollen alle alle aber alle die wollen und natürlich alle meine ich in allen unterschiedlichen lebensfelden wir hatten vorhin über die jungen gesprochen und ich will eben das so runterbrechen weil zu wissenschaftlich gesichert ist und auch einfach zugänglich ist dass alle menschen die sich so fühlen als dass sie unterstützung brauchen dass sie irgendwie das gefühl haben in in fix wachsen die dinge über den kopf sie fühlen sich allein sie fühlen sich nicht unterstützt sie fühlen sich erschöpft sie fühlen sich müde sie fühlen sich aggressiv dass sie verstehen es gibt eine einfache anlaufstelle und wir haben dafür balanced you gegründet das ist im kern eine initiative die schon länger die balanced you ist im kern eine bewegung die genau das eigentlich raustragen möchte und zwar in alle lebenswelten für junge menschen für firmen für familien weil es darum geht eigentlich deine individuelle balance zu finden und zwar egal wo du bist und egal wer du bist und egal was in dir in deinem leben bisher widerfahren ist und da kommen alle konzepte eigentlich zusammen um für alle lebenswelten eigentlich auch zu funktionieren wie kommt man da rein balanced you ist im kern entweder über soziale medien zu finden da wird jetzt relativ viel entstehen also wir senden dort auch sehr kontinuierlich weil wir einfach auch kleine nuggets mit kleinen übungen die wir ja vielfach auch schon ausgerollt haben ganz einfach verfügbar machen wollen und es gibt die webseite balanced you.de wo man sich natürlich auch schlau machen kann und dort gibt eben auch die tests die man im kern dort auch direkt durchführen kann da gibt es einfache tests und es gibt teste der tiefe und vor allem es gibt auch ein betreuungsangebot für die menschen die schon länger in krisen sind und die sich schwer tun und die eben auch schon viel durchgemacht haben zehn ärzte zehn verschiedene anlaufstellen und immer noch keine linderung haben ich glaube einfach aus der erfahrung raus diese dass dieses ganzheitliche denken einfach sehr sehr viel neuen impuls gibt zu den klassischen verfahren da draußen ich will niemand diskreditieren um gottes willen aber es ist einfach so dass eben stress sehr komplex ist aber du brauchst ein biopsychosoziales konzept um zu verstehen wo bist du jetzt was brauchst du jetzt als ersten schritt biologisch und dann als zweiten dritten schritt wer bist du und wie kannst du deine vulnerabilität erkennen und eben entsprechend glaubenssätze und bestimmte verhaltensmuster etablieren im alltag die dich unterstützen dort nicht mehr hinzukommen das ist im kern unsere mission die wir dabei haben super dann freut mich das anzukündigen dass du natürlich auch ins haus der hellen köpfe kommst und das wird doch sehr gerne die die dieses alles zur verfügung stellen ich habe meine ich bin ein schlauer kopf du bist ein schlauer kopf aber wir werden hunderte von solchen schlauen köpfen dort haben und wenn wir das schaffen in der community in dieser handverlesen gesellschaft diese dinge auszutauschen da wird jeder so nach oben gehen können weil er davon profitiert was der andere mühsam zusammengetragen hat gemeinsam stark oder einsam schwach ja ich denke das erste ist besser loren ich danke dir ganz ganz herzlich es war super ich danke dir vielmals für die einladung hierher danke jörg bis zum nächsten mal tschüss tschüss vielen dank dass sie bis zum ende dabei geblieben sind das bedeutet dass dieses video ihr interesse an einer neuen gesundheitskultur offensichtlich bestärkt hat und sie dazu inspiriert einen blick auf ihre eigene gesundheit und ihren eigenen lebensschild zu werfen hierfür haben wir den gesund leben fragebogen für sie in der video beschreibung verlinkt dieser fragebogen ist unser juwel in der wissensvermittlung denken sie daran dass es nie zu spät ist positive veränderungen vorzunehmen ein video zur besseren verständnis haben wir ihnen ebenfalls oben verlinkt wenn ihnen das video gefallen hat zeigen sie uns ihre unterstützung indem sie einen daumen hoch da lassen und unseren kanal abonnieren und das glocken sind aktivieren damit sie all unsere zukünftigen inhalte auch erreichen wir teilen regelmäßig wertvolle einsichten und tipps die ihnen helfen können ein gesünderes und erfüllteres langes leben zu führen folgen sie uns auch auf instagram über weitere inspirierende inhalte und gesundheitstipps für den alltäglichen gebrauch teilen auch unsere social media kanäle sind eine großartige möglichkeit mit unserer gemeinschaft in kontakt zu bleiben und sich von den erfahrungen anderer inspirieren zu lassen auch diese haben wir in der beschreibung verlinkt ihre gesundheit liegt unserem herzen und wir sind hier um sie auf jedem schritt ihres weges zu unterstützen lassen uns gemeinsam die reise zu einem gesünderen leben und einer neuen gesundheitskultur antreten bis zum nächsten mal